größtenteils bewölkt aber jetzt ist gerade die sonne rausgekommen das hat es größtenteils bewölkt ein coastal flott war denke ich so aus weil wir gerade ziemlich hohe fluten die flut ist nämlich hoch passiert hier manchmal so das gibt es nur kaffee weden tue es leider und es wird wieder windiger also das war nur eine halb tage oder was oder wenn ein bisschen weniger war so der plan ist immer noch loszufahren heute mal gucken spät ey was wie joe biden zieht sich zurück ein paar news mal gucken hier ne das ist ganz interessant wer wird es denn dann die harris das wird sich gleich herausstellen das wetter ist komisch mein magen ist irgendwie unruhig wir haben schon kurz vor zwölf ehemaliger student aus kalifornien hat auch mitbekommen dass ich zurzeit nicht arbeite und er meinte hör mal wie wärs denn machst einfach deine eigene helikopter company auf hier in hawai der einzige grund der sieht das nicht zu machen ist dass die ekonomie ein bisschen langsamer wird dann habe ich mal geguckt hier ein bisschen research gemacht was muss man denn alles beachten wenn man eine helikopter tour company aufmacht und was braucht man alles was wird es kosten und so weiter da kann man ja wirklich dass die leute machen das nur die eine tour company wird ja erst letztes jahr aufgemacht aber im start-up costs hier ist eine menge und die regulations und aber auch eine facility aber auch maintenance immer wochen hänger accounting marketing also da muss man schon ganz schön also die ok da ist ein bisschen übertrieben jetzt 10,5 millionen flieht auf helikopters man braucht ja kein flieht aber somit 3,5 millionen muss man schon mal rechnen erst mal naja ich gucke da noch ein bisschen rein aber ich glaube das ist nichts für mich ich will ja eigentlich nur helikopter fliegen noch ein paar jahre 10 15 jahre aber es wäre natürlich schon interessant und dann das wäre auf jeden fall ein stich für die anderen das ist das was am meisten tempting ist aber ich habe halt keine ahnung über alles andere was man noch so wissen muss accounting marketing und so weiter maintenance also ich bin jetzt mal jetzt früher weggekommen oder ich komme jetzt gerade früher weg allerdings nicht so früh wie geplant so ja ich habe noch research gemacht der eine der gesagt hat ja immer macht doch deine eigene company auf ich habe mich dann erinnert ja immer die eine helikopter company magnum war ja zum verkauf vor dem jahr oder so da habe ich mal rum gehört was ist denn der status ohne sieht so aus es wurde schon verkauft so und dann hatte ich noch kontakt mit meinem ehemaligen piloten der mich gefragt hör mal hast du denn arbeitslosengeld beantragt und so weiter vielleicht ja aber irgendwie kam da noch nix und er meinte ja da mach dir mal keine saugen so lange jede woche diesen claim machst kriegst du das irgendwann also er scheint sich da auszukennen also ich würde noch auch immer und so der plan ist jetzt so office max zu fahren die beiden sachen auszudrucken damit ich morgen oder alles fertig habe machen kann zum wegschicken die alte uhr und das band die neue tage ich jetzt mittlerweile und ganz kurze costco bier kaufen ich hätte zwar noch genug aber wenn ich morgen irgendwelche angeln und schnorcheln gehe mit dem einen der trinkt immer ziemlich viel beziehungsweise dann brauche ich noch ein bisschen mehr als das was ich habe ich trinke ja öfter mal ein bierchen jetzt am strand eventuell o-saft und salat aber wenn ich o-saft und salat kaufe und dann noch auf die tour gehe die ich mir jetzt raus gesucht habe um die trails zu finden dann ist wahrscheinlich nicht gut orange dass ein salat im warmen auto zu haben wir haben 28 grad da muss ich mal sehen so und dann geht es halt auch für die tour an der westseite entlang und gucke ich mal ob diese einen trails finden und eventuell gehe ich auf diesen einen one mile hart hike wenn ich es irgendwie schaffe dahin zu kommen eventuell muss ich ein bisschen am strand lang laufen aber es ist ja wahrscheinlich auch der teufel los wie letztes wochenende oder alle wochenenden von daher muss ich mal sehen auf jeden fall fahre ich jetzt mal lang die drohne habe ich mit obwohl es ist super windig man 20 knoten plus hier auf dem berg den ganzen tag bewölkt aber wo man hinschaut eigentlich keine worten so sonntagnachmittag halb drei auf geht's ok das ausdrucken ging super schnell aber hier bei costco o m g da ist der absolute megateufel los und es ist auch 30 grad das heißt die frage ist fahr ich jetzt erst mal mehr entlang und versucht dann bis halb sechs wieder hier zu sein dann hätte ich allerdings nur zweieinhalb stunden oder sie ist jetzt durch und kann dann bis nach sonnenuntergang irgendwann mehr bleiben ich war jetzt noch einmal hin und her versuchen partner zu finden und wo ist es also es war ziemlich viel los aber so lange hat sich gedauert eine viertelstunde und ich habe nur bier gekauft jetzt dann brauche ich es ich meine ich muss eh dann noch mal zu costco wegen salat und ronkensaft aber das brauche ich auch nicht unbedingt zwingend immer wenn ich salat mit thunfisch esse ja habe ich irgendwie dünnpfiff ich weiß nicht ob es am thunfisch liegt oder am salat oder an der kombination oder was auch immer ja und das schwächt ein natürlich dann fand habe ich heute nicht so allzu fit jetzt muss der tesla hier mit nur weil die meiner sind ladestationen parken müssen so jetzt war ich muss noch mehr es ist überall ein bisschen was los aber passt schon wo ich muss jetzt sogar die klimaanlage machen 31 grad ein paar wolken ziehen auf nicht schlecht die chance auf einen guten sonnenuntergang ist heute ein bisschen höher als gestern ist auch gut gegessen habe ich noch nichts habe ich habe zwei müßgeriegel mit ein paar nüßchen also jetzt vergessen habe ist natürlich die kleine ananas die wollte ich natürlich mitnehmen mist ich muss heute abend irgendwann essen so gucken wir mal wo uns das navi jetzt hinführt online hieß es wenn man diese trails finden will auf gar keinen fall dem gps vertrauen ich bin gespannt ich bin gerade an der stelle vorbeigekommen wo sie diesen sand flock entfernt hatten da ist der ist doch wieder da eine woche später da baggern die eine woche daran rum um den sand zu entfernen und jetzt ist er wieder da darf ich nicht muss mal gucken ob ich da irgendwelche informationen fände soja größtenteils sonne ich bin jetzt hier in der pillbox gleich aber ich feier weiter auf jeden fall überall der teufel los aber so ist ja vorher je weiter man nach norden fährt und weg vom schuss sozusagen desto leerer wird es normalerweise so jetzt bin ich gerade abgefahren ich weiß nicht ob ich hier schon mal war ich weiß nur dass ich hier auf diese berge zufahre und da hoch will ich kala oder so der höchste berg hier man kann ihn auch von der anderen seite erreichen also von der valley aus aber hier soll es den zugang geben da bin ich mal gespannt ich weiß ich weiß nicht ob ich hier schon mal war doch geht es weiter 2,4 meilen hey hier war ich auf gar keinen fall schon mal und hier geht es einfach ins absolute nirgendwo eine meile ich hoffe mir kommt keiner entgegen mir kamen schon drei autos entgegen das waren die kaputtesten autos die ich je gesehen habe aber da funktionieren die lichter nicht mehr und nix ich war hier weiter richtung dieser berg hätte wo ich oder der hike sein muss habe ich irgendwo mein auto lassen kann für ein paar stunden fraglich naja in zwei minuten bin ich am ende da ist noch mehr ich habe gerade papaya baum gesehen sowas habe ich noch nicht gesehen der war zwei mann hoch so keine ahnung drei vier meter er waren 30 40 papayas dran das war so voll sowas sowas habe ich mein ganzes leben noch nicht gesehen ich wusste gar nicht dass es geht hier war ich noch nicht hier gibt es tatsächlich einen offiziellen parkplatz und es kamen gerade zwei ein hiker pärchen wieder und die konnte ich mal fragen und die waren sieben stunden unterwegs ja hier ist das ist der höchste punkt da die frau meint das wäre einer ihrer absoluten lieblings hikes hier aber man sieht hier auf dem boden natürlich das ist relativ frisch überall fensterscheiben glas das heißt hier werden auf jeden fall autos aufgebrochen das sieht auch relativ frisch aus so ich könnte mal gucken ob ich es nicht schaffe ich meine wo ich schon mal da bin die drohne da hoch zu schicken denn es kommt ja noch mal einer und das ist ja auch eine offizielle jagd gegend der haut direkt wieder ab bisschen seltsam fast suspicious verdächtig aber ich könnte ja eigentlich mal hier die drohne lang schicken das erste stück aber das auto hier sicher ist das weiß ich nicht also deren auto wurde jetzt nicht aufgebrochen die meinten da wären auch ein paar andere leute unterwegs gewesen aber man sollte auf jeden fall früh genug los am besten morgens ist ja nicht so meine zeit aber so die drohne ist ready to go muss auf jeden fall aufpassen auf diese auf diese leitungen hier sonst habe ich ein problem also mit der drohne komme ich nicht weiter dass das signal wird ziemlich schnell schwach und obwohl ich jetzt hier sieht man natürlich nicht wegen der spiegelung genau vorm berg bin kann ich die höhe nicht erhöhen der denkt immer noch ich bin 400 fuß über dem boden aber bin ich nicht das sind mindestens höchstens zwei drei meter das klappt nicht wie ich mir vorgestellt habe so da kann noch ein pärchen baby aber die gehen nicht die ganze zeit die gehen nur ein stück und die kamen dann mit dem bmw an die meinten ja die haben nichts wertvolles da drin wenn es aufgebrochen wird dann können sie halt nichts klauen ich dachte sehr toll das auto trotzdem kaputt so ok das ist schon mal interessant hier zu wissen dass da einen offiziellen parkplatz gibt obwohl allerdings scherben liegen und so weiter und das sieben sechs bis sieben stunden dauert bis man hoch und wieder runter ist ok jetzt war ich mal zum nächsten der nächste ist ja dieser ganz kleine direkt am meer wenn ich da einen parkplatz finde irgendwo da komme ich ja hoch noch heute der ist ja nur eine meile lang es geht allerdings steilberg hoch das ist natürlich dumm blöd das ist ja dass ich die drohne hier nicht richtig fliegen konnte dass er nicht gepeilt hat ich dachte der er misst die die höhe über dem boden und nicht über meereshöhe naja ist egal der drohne aufnahme wurde auf jeden fall nichts weiter geht es ganz am ende gab es ein grundstück in der offiziellen einfahrt das haus war short for sale also ich wohne ich nicht wollen darf ich ein grundstück besitzen ich meine da könnte man einiges draus machen auch wenn es hier super weit ab vom schluss ist und nicht sicher und gar nichts naja wer weiß wie lange ich noch in Hawaii bin so auf geht's weiter die beiden verdächtigen typen da da standen sie am straßenrand also das ist ja schon ein bisschen seltsam dass die jetzt hier warten ich meine hier ist nichts das ist ja cool ich habe der uhr gar nicht bescheid gesagt aber die uhr die zeigt mir jetzt auch an wo ich lange fahren muss und jedes mal wenn ich abbiegen muss also weiß dann vibriert die wollte ich eigentlich gar nicht frisst wahrscheinlich einiges an batterie weg aber ist irgendwo auch cool ja man könnte natürlich hier an der nächstgrößeren straße parken da muss man nur ein bis zwei ich glaube zweieinhalb meilen zweieinhalb meilen mehr laufen berg hoch es wird wahrscheinlich den hike dann um knappes stündchen oder so verlängern aber dann müsste man sich nicht ständig sorgen um das auto machen so jetzt geht es hier wieder richtung den bergen aber hier war ich glaube ich schon mal aber ich bin nicht sicher da bin ich mir gespannt was ich denn da vorfinde da waren sieben security guards und ich habe mich gefragt hör mal da soll irgendwo ein trail sein und parking meine da ist aber da ist nichts da sind nur gebäude aber die waren sich alle einig von daher kann ich das knicken das muss noch mal online weiter eruieren denn da kam ich jetzt nicht weiter seltsam ja hier war ich schon mal hier ist ein tor der privaten straße kann man einfach oder was ich glaube nicht steht da kann ich nicht lesen aber da ist auch noch ein trail sein irgendwo schüttelt das beinhaltete nur informationen für jäger also zwischen januar und juli ist nur archery erlaubt es kann man nur mit pfeil und bogen jagen gehen und dann feier abends sind erlaubt jetzt ab juli aber hier war ich schon mal und da wusste ich auch nicht wo ich weiter komme denn hier endet dann die straße hier ist ein gebäude wo ich niemanden getroffen habe den man mal fragen kann und hier ist der trail aber ob man sich jetzt hier einfach an den straßen ran stellen kann und sollte ist die frage naja hier das letzte mal war das tor offen da kann man einfach rein fahren und hier ist der trail aber hinten ist auch schon wieder ein tor da müsst ihr euch einfach parken können ich guck mal was an den tor steht ein riesen schloss davor ich meine kann man irgendwo bei stacheldraht da kann man sich aber durch aber hier ist ein rosa schleifchen und das ist normalerweise ein zeichen für den offiziellen trail das gehen wir noch ein bisschen weiter so weit will ich nicht gehen denn ich habe ja nur flipflops an und ich glaube hier kann ich auch hiken irgendwann mal früher dann wir gehen mal ein bisschen weiter mal gucken was hier noch kommt außer dass hier ständig schilder kommen mit safety so no hunting no trespassing private property und hasse nicht gesehen aber solange man auf dem weg bleibt hier glaube ich das ist ein offizieller trail und deshalb was hier für eine papaya wächst das ist der absolute mega wahnsinn denn die hat mehrere abzweigungen und da hängen papayas dran die sind fast so groß wie mein kopf da ist der absolute mega wahnsinn wie groß die sind eigentlich so dass sie nach einer keep out private property security cameras so gehen wir noch ein bisschen weiter weiterhin überall diese schilder aber das bezieht sich glaube ich nur auf den bereich links und rechts neben dem weg hier ich bin schon wieder nicht weiter gegangen als ich wollte aber hier geht es immer weiter guck mal hier hier gibt es ein offizielles schild das ist der trail und hier ist auch das schild was es dann immer gibt das habe ich auf dem anderen trail auch gesehen so ein braunes schild mit gelber schrift und dazu dann die karte hier gibt es noch mal diese jagd information februar zum juli archery only fein und bogen no dogs keine hunde jeden tag feiern so laut zwischen august und oktober back limit two pigs and two goats also zwei schweine und zwei ziegen kann sie hier jagen auf either sex also männlich oder weiblich ja jagen wird ja nicht gehen aber diese schilder überall keep out keep out aber hier geht es lang ja hier muss man hängen ich glaube jetzt kann ich das auto da einfach stehen lassen natürlich mit weniger zeug als das was ich da jetzt zurzeit drin habe habe ich zu viele angelsachen drin und hier weiß ich gar nicht was das hier ist jetzt noch mal kurz und dann gehe wieder zurück fahre ich jetzt zurück vom auto so jetzt fahre ich glaube ich noch ein bisschen weiter durch denn ich bin fast komplett an der nordseite westlichen nordseite oder nördlichsten westseite ist ja egal da wo ich immer oder nicht immer aber öfter mal schon geangelt habe wo auch autos aufgebrochen werden aber jetzt am wochenende glaube ich ist ein bisschen sicherer vielleicht das ist nur noch hier ein stück drei minuten weiter hoch ich glaube da gucke ich mich auch noch mal kurz um war ja auch schon länger nicht mehr und dann auf den weg zurück habe ich gesehen wo ich halten muss für diesen ganz kleinen mini hügel direkt am wasser da mache ich auch noch halt ja hier ist ganz schön was los hier stehen die auch ganz schön wild da habe ich kurz mal hin gucke wie die bedingungen sind und dann entscheide ich mich da habe ich noch mal die angelrouten hole cooler ilai da bin ich jetzt die meisten sind hier zum schwimmen und zum sonnenbaden ähm angeln sehe ich hier gar keinen ja ich glaube ich fahr zurück und gucke ob ich auch noch auf den kleinen hügel hochkommen und dann fahre ich weiter zum electric beach nach haus ich glaube das ist ein guter plan anstatt dass ich mich jetzt hier irgendwie hinstelle ich bin hier schon dutzende male vorbeigefahren aber ich habe noch nie gesehen dass es hier so eine art höhle gibt ich habe das nur zufällig gesehen weil ich ja beinahe überfahren habe der da zurück kam ja das ist hier ein interessanter stein oder höhle wo leute halt machen und kurz mal ein foto machen das ist irgendwo cool und es ist größer als als man durch die kamera meint wird direkt massiv kälter oder kühler hier überall tropft wasser vom vom weiß nicht ob man das so gut sehen kann durch die kamera aber das ist schon interessant hier also ich weiß nicht was das hier ist aber hier haben leute einiges an zeug hingelegt aus welchen gründen auch immer soja das war ja interessant das ist auf jeden fall wesentlich größer als man meint wenn man hier von der straße aus hinguckt also da gibt es kein schild kein nix ich will wissen warum woher die leute wissen was das ist also da wo ich dachte wo man hält hier ist dann wieder ein keep out schild das ist dieser kleine hügel da steht sogar ein fähnchen das ist ja ein mini hügel wie sollen das hart sein da hoch zu kommen aber wie man da hinkommt weiß ich immer noch nicht ey das muss doch machbar sein man ich glaube ich habe es gefunden hier muss man da kann man parken natürlich nichts frei und dann geht das hier irgendwie rein ich glaube ja aber hier ist natürlich alles voll geparkt aber ich glaube ich stelle mich einfach hier hin und hoffe das passt schon ja das einzige was seltsam ist ist dass da über alle fünf meter ein schild steht government property no trespassing aber das kann sich natürlich auf das gebiet neben dem fad beziehen keine ahnung man ich latsche da jetzt einfach mal rein also mein auto zu lassen ist hier nicht sogar heuer aber hier ist auf jeden fall ein fad der wird öfter benutzt und der hügel auf den ich hoch will der ist genau vor mir hier ist aber keiner das ist schon mal falsch hier bin ich hinter diesem gebäude jetzt ich glaube ich muss zurück und von der anderen seite ran ich habe da oben jemand gesehen ein pärchen und die sind in eine andere richtung also ich gucke jetzt noch mal ob ich nicht auf der anderen seite ran komme denn hier das ist hier ist ein homeless camp nach dem anderen da kann es nicht lang gehen oder jetzt bin ich hier auf der anderen seite da muss man doch irgendwie hoch kommen man gleich hier lang mal sehen größtenteils zugewuchert aber ich glaube man muss hier einfach hochklettern weiß nicht was ich gegen die sonne so gut sehen kann aber anders kann ich mir nichts vorstellen das ist hier irgendwie ein trail ne er muss hier einfach hoch irgendwie also ich weiß nicht wo ich hier richtig bin die bei das pärchen was ich da oben gesehen habe das kam auf jeden fall nicht hier mir entgegen hier wächst überall wilde aloe vera hier das ist ja witzig aber sie sieht nicht so gesund aus also der einzige grund warum offiziell dieser trail hart sein soll ist wenn man wahrscheinlich hier hochklettern muss für die hände voll ich glaube das war das härteste stück man muss auch noch was einen anderen weg geben als den ich den jetzt da hoch bin denn wie ich da wieder runter kommen soll keine ahnung so hoch habe ich es geschafft schöne aussicht und gucken ob ich hier wieder runter komme und gucken ob ich hier wieder runter komme das ist ja so ich bin Zumindest habe ich es ganz oben geschafft, ganz schön windig. Bis an die Spitze da kommt man leider nicht, aber die Aussicht von hier ist natürlich schon okay. Jetzt muss ich nur zusehen, wie ich hier da runter komme, denn den Weg, den ich hochgekommen bin, den komme ich nicht runter, aber es muss ja gehen, wenn das Pärchen es geschafft hat. Also das Einzige, was den Trail wirklich hart macht, ist einen Weg zu finden, den man gehen muss. Denn hier ist ja so viel ausgetreten, aber es geht einfach nicht weiter. Ich bin gespannt, wie ich jetzt hier weiterkomme, aber ich glaube, das geht hier. Ist auf keinen Fall der Weg, den ich hochgekommen bin. Es ist echt der Wahnsinn, wie viele Allovera-Pflanzen es hier gibt. Hier ist ein ganzer Busch und wenn man hier entlang geht, dann sieht man, dass das hier überall wüschelweise wächst. Wahnsinn. Dann sind wir wieder unten rausgekommen, wo ich keine Ahnung habe. Ah, da ist der Weg, okay. Auf zum Auto. Und weiter. Entweder nach Hause. So, ja. Jetzt sind wir wieder am Weg. Nice. Muss ich nicht unbedingt nochmal machen, aber ich fand es gut, dass ich das gemacht habe. Ja, hier am Electric Beach ist immer noch der Teufel los. Hier parken sie auch direkt neben den Parkverbotsschildern. Fahrzeug nach Hause. Es hat von dem einen Hike, der ja schon ein bisschen weiter südlich war, noch 45 Minuten gebraucht. Bis hierher. Ich bin um kurz vor sieben zu Hause. Sonntaggang könnte eigentlich was werden, aber morgen ist die Wahrscheinlichkeit noch 10-20% höher, dass er gut wird. Und da bin ich eher mehr. Und von daher fahre ich jetzt einfach nach Hause. Ich habe mir überlegt, noch einen Burger zu essen. Mal sehen, ob ich das noch mache. Spontan. Aber wahrscheinlich eher nicht. So, da bin ich wieder zu Hause. Geduscht. Küche aufgeräumt. Bett neu bezogen. Wäsche angeschmissen. Smoothie gemacht. Habe ich schon länger nicht mehr. Mit Kirschen. Und da war natürlich genau wieder eine Kirsche dabei mit einem Kern drin. Das heißt, ich habe dauernd diese Splitter im Mund. Egal. So, das wird auch heute Abendessen reichen. Was wollte ich noch erzählen. Ach ja, die Uhr. Die hat mich ja zwischendurch navigiert. Immer wenn ich irgendwo abbiegen musste, hat das dreimal vibriert. Wenn es irgendwas gesagt hat. Also sie würde auch sprechen. Aber ich habe es halt auf Vibrationen gestellt. Und das hat sie automatisch irgendwie eingeschaltet. Als ich es dann nochmal gestartet habe, mein Navi. Dann nicht. Also habe ich nicht ganz geerafft, wie das funktioniert. Aber. Die Batterie ist wesentlich besser als die Panda Alten. Hier habe ich jetzt immer noch mindestens drei Viertel Batterie. Bei der anderen wäre sie jetzt wahrscheinlich schon so gut wie leer. Das ist auch sehr geil. So. Jetzt haben wir Viertel vor acht. Ich trinke hier nützlich mein Smoothie. Ich schneide eventuell das Video von gestern und heute noch zusammen. Und dann muss ich morgen zwei Pakete wegschicken. Und eventuell schnorcheln und angeln. Das ist zumindest der Plan, wenn das Wetter es zulässt. Und die Bedingungen dementsprechend sind. Es soll halt leider windig werden. Und es zieht auch ein bisschen Regen rein. Von daher fraglich. Aber. Das ist zumindest der Plan. Das ist zumindest der Plan. Und wir können hier so weiter anfangen. Oder wir können hier rein. Wie geht das? Und dann auch ein 1958es hoch. Das ist nicht sehr gut.